Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Tatsumaki Talk am Wochenende. Und erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an 556 Abonnenten. Junge, 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 es knallt dann auf einmal wieder, sind wir zum Wochenende zum Talk gehen, geht es nochmal ordentlich hoch mit den Abonnentenzahlen. Vielen, vielen Dank aber an alle, die den Kanal hier abonniert haben und ja, hoffe euch gefällt das Format. Denn ja, es gibt natürlich wieder einiges Neues zu berichten, einige Kommentare, die ich heute vorlesen möchte. Und wir kommen mal wieder zum, ja, Teil für, ja, Wissenswertes, warte war das letzte, ah ja, Manchester United, der Champions League Sieger. So, das war's, Wissenswerte abgestempelt, jetzt kommen wir wieder rein zum Talk Age. So, ja, kurz noch was Privat dazu, ich hatte letzte Woche wenig Zeit gehabt, irgendwas zu machen oder was aufzubauen und dies und das, also aufzunehmen und so. Ich hatte zwischendurch deswegen Paradise Overdose, äh, Paradise Overdose kam nochmal eben schnell dazu, weil ich war letzte Woche sehr beschäftigt gewesen. Ähm, ich hab mir einen Swimmingpool letztendlich aufgebaut. Ich musste eine 3x5, ja, ne, 350x, ne, Quatsch, doch, 350x6, 50 Meter lange Fläche, äh, ausbuddeln, ran, Grasnarbe ran, äh, neu ranmachen, dann, Randsteine legen und pflastern. Und gestern bin ich dann jetzt, denke ich, fertig geworden und konnte meinen Pool aufstellen, nebenbei noch ein paar, äh, vier, ne, Quatsch, sechs Sichtschutzsäune nochmal eben gebaut und hingeknallt. Ich hatte die ganze Woche echt ganz schön was zu tun gehabt und das bei der Hitze, mein Sonnenbrand freut sich. Ähm, jetzt steht aber alles, alles ist fertig, alles gerissen, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, mich auch wieder darum zu kümmern, dass ich mal wieder ein bisschen mehr Sachen bringen werde. So, ähm, nichtsdestotrotz, kurz, das war nur eine kurze Info am Rand, äh, wen es interessiert hat, wen nicht, wir kommen jetzt zum Age. So, ähm, zum allerersten Mal kommen wir ganz kurz auf die Inhalte, die ich letzte Woche gebracht habe. Wir fingen ja damit an, ähm, einmal Koikatsu, damit muss ich wieder neu aufnehmen, wir sind aber schon fast am Ende, sage ich gleich schon vor weit. Äh, Ghosar, ähm, wer das Spiel, also wie gesagt, ich finde Ghosar wirklich nicht schlecht, es hat auch einmal 100% mag ich gekommen, ähm, ich denke mal, das wird das, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich die Story weiterentwickeln wird von Ghosar. Ähm, wie gesagt, ich finde es nicht übel, ich mag die Storyline ganz, finde die Storyline echt nicht schlecht, bin ganz begeistert von den ganzen Dingen, halt nur gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich werde euch aber dementsprechend auch wieder auf dem Laufenden halten. The Delacroix Family, sollte eigentlich schon viel früher kommen, ist aber irgendwie was mal dazwischen gekommen, ähm, ist aktuelles Update, war auch lange Zeit Stillstand um das Spiel gewesen, hat jetzt eigentlich ein neues Update gekriegt und, äh, ist gut geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, The Delacroix, The Deluca Family, The Deluca, nicht Delacroix, Le Luca Family. Ähm, auch wieder ein Game, was man richtig gut spielen kann und genießen kann. Ähm, dann hatten wir ja noch The Devil's Academy von DXD, das habe ich ja schon gesagt, das war ja dieser, ähm, Anime-Teil, was wir da so geredet haben, ähm, hat auch, komisch war, sehr viele Aufrufe gekriegt, war ja wieder mal klar. Ähm, ist halt vom Anime direkt nachgemacht worden, finde ich aber nicht schlecht, vor allen Dingen, er zeigt auf alle Fälle genau das, was, äh, im Anime auch zu sehen ist, ein bisschen mehr Age mit drin, aber sonst allgemein gar nicht mal so schlecht, ne, also, wie gesagt, könnt ihr euch geben. Und als gestern habe ich das eben teilgebracht, äh, Paradise Overlap, ich habe 23, 27 Minuten, äh, 23 Minuten und 27 Sekunden lang das Spiel mal ein bisschen wieder angespielt, ähm, habe euch alles wissenswert aktuell auf den Stand gebracht, was jetzt gerade bei Paradise, äh, Paradise Overlap gerade los ist. Wie gesagt, für mich immer noch ein richtig cooles Spiel, ich liebe, ich mag das Spiel, schön chillig zum Entspannen, mal einfach, wenn ich mal andere Spiele ein bisschen spielen möchte. Ich finde, Paradise Overlap ist ein richtig gutes Spiel, gerade wenn du, ähm, einfach mal gechillt Barkeeper machen möchtest, on point getroffen, das Spiel, die Musik, stimmig, passt super, ah, kannst nicht meckern, genau, es ist einfach, warum ich das, viele werden sagen, aber da ist doch nicht viel, da kommt doch nicht viel und dies und das, ja, aber genau das ist ja das, was das Spiel überbringen möchte. Es möchte einfach nur sagen, hier, komm, setz dich hin, chillig, entspann dich, mix ein paar Drinks, flirt mit ein paar Girls und schlepp sie zum Schluss ab. Das ist das Zielspiel des Spiels bisher, na, aber das macht es genau richtig. Deswegen, ziemlich cooles Teil, heute kommt ja auch noch wieder was hoch, ähm, gehen wir noch noch drauf ein, wenn wir da, wenn ich dann nächste Woche wieder zum Kommentaren, oder besser gesagt, auf die Updates wieder eingehen werde, was alles so kam. So, wir gehen auf die Kommentare, denn da gab es auch noch ein paar so unbeantwortete Kommentare, lasst gleich mal raus. RipMath hat mal wieder ordentlich zugefeuert. Dann waren wir gleich mal direkt mit den Ersten an, und zwar Flirty F von Opai Comics. Ich hatte erst gedacht, ich habe mal nachgegoogelt übrigens, Opai Comics hat nichts mit Opai Games zu tun. Ähm, sind zwei unterschiedliche Dinger. Ja, warum jetzt Opai Games? Opai Games hat, ähm, äh, wie heißt denn das? Hotel... Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das hat auch nochmal einen letzten Update wieder gehabt. Das ist aber auch cool. Ähm, aber es steht auch Opai vor. Aber die beiden haben nichts miteinander gemeinsam. So, immer wieder erstaunlich, äh, dass die Amis alle einen voll ausgestatteten Fitnessraum zu Hause haben. Ähm, nein, das ist nicht... Nein, 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 nein. Weil in Amerika ist es so, wenn du deinen Atomschubsbunker kaufst, äh, na, und Bauern lässt von der Firma, kriegst du automatisch eine voll ausgestattete Küche plus Fitnessraum mit dazu. Da jeder Amerikaner einen Atomschubsbunker haben möchte, ist das im Kaufpreis mit inbegriffen. Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ja, das ist wirklich schon immer funny. So, nette Küche, äh, sieht wirklich sehr realistisch und nicht wie die üblichen voll ausgestatteten Hightech-Küchen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Küche habe ich auch schon mal gesehen. Ähm, die solche Spiele meistens haben, ja. Ähm, könnte meine Küche sein. Ist, ist sie, äh, ist sie nicht. Sicher? Der Arbeitsplatz sieht auch echt gut aus, äh, von den Locations und dem Design her. Ja, doch, ähm, Pluspunkt für die kleinen Zoom-In-Animations. Die Charakter sind jetzt auch nicht so schlecht. Das Spiel wirkt interessant. Ist es auch, Flirty F, wie gesagt, durchgespielt von der Pi-Comics damals, alles fertig gemacht, das Spiel ist abgefertigt, komplett durch. Ähm, ist echt so, man, ich habe ja schon im Video auch gesagt, man merkt bei, äh, Flirty F schon an, dass es etwas älter ist, aber dementsprechend noch ziemlich cool ist, ne. Also, ich finde es nicht schlecht, das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Und, ähm, man kann es auch durchspielen, man hat auch Ending dabei. Das ist ja auch nicht gerade heutzutage gang und gäbe, dass ein Spiel wirklich mal zu Ende ist. So, dann haben wir jetzt hier von, äh, F-A-E-L-F, von, äh, IC Creations. Ähm, von den Hintergründen und Locations jetzt nicht das Bahnbrechenste. Äh, berechenste. Ja, sind okay. Und das UI ist jetzt auch, äh, nicht nach viel, äh, UI sieht jetzt auch nicht nach viel aus. Ähm, die Stadt als Ganzes ganz gut. Sieht ganz gut aus. Äh, die Charakter hauen mich nicht gerade vom Hocker. Not sure. Ähm, F-A-L-F. Ähm, ja. Ja, also, ich sage mal so, F-A-L-F macht genau das, was viele andere Games auch machen. Flirten, daten, äh, rumbekommen. Oftmals unterscheiden sich die Spiele dahin her, welche Art Weg sie gehen. Ähm, ob sie versuchen, von einer Storyline mal was Neues herauszubringen oder doch eher die standardmäßige Storyline reinzufahren. Ähm, Boy kommt nach Hause, Stiefmutter, Mutti oder sonst was, alles Geschwister. Und, äh, ja, hier sind es einfach nur Schwester und Mutti. Und, äh, ja, dann hast du eben halt noch die Tante mit dazu. Also, hier wird es mehr auf den Familienkreis aufgeteilt, durch das Freundeskreis noch mit hinzu. Ähm, es ist ja schon ziemlich weit gekommen. Ich finde aber immer noch, ähm, von F-I-L-F, das Endgame so hart. Wenn du dann, äh, ans Ende hinkommst. Also, das fand ich persönlich ziemlich übel, ans Ende hinkommst und dann das Date mit der Mutti dann zum Schluss haben willst. Weil das ist das Endgame, ähm, des Spiels. Und, boah, Alter, das, äh, das frisst Zeit. Wenn du das vorher nicht wusstest, frisst das Zeit. Beim zweiten Durchlauf, wenn du weißt, dass sie als Endgame auftauchen wird, also die rechts, ähm, dann, äh, kannst du ungefähr schon mal planen, welche anderen Sachen du vorher alles erledigst. Sonst, äh, äh, ja, hast du am Endgame ordentlich was zu tun. Aber so wollte der, äh, Creator wahrscheinlich sicher gehen, dass du wirklich alle Sachen vorweg auch erledigt hast, ne? Weil hier, Mom ist entgegner. Das sagen wir mal so. So, ähm, dann haben wir Runaway Girl and Me from Level 1. Ja, Level 1 ist wieder so eine, so eine, so eine Creation-Firma. Ähm, da geht's jetzt wieder rein so ums, äh, ja, ein Mädchen, also das Weggelaufen ist von zu Hause, nehmt ihr halt bei euch auf. Und, äh, ja, es gibt auch ein Game Over, dies und das alles. Das ist nicht gerade einfach, aber man kann's schaffen. Es gibt auch schon, äh, Hilfen im Internet, die man sich angucken kann. Äh, grafisch sieht es ganz gut aus. Das Zimmer ist nett eingerichtet und detailreich. Äh, das Design von UI ist auch okay. Schöne Hintergründe und diese, äh, und Dinge, wie das, äh, Fertiggericht bei Minute 3,50. Was? Aperi... Aper... Aper... Aperici? Nee, Aperi... Aperitia? Und auch immer, äh, sehr okay. Aperitiv, hätte ich jetzt gedacht. Ähm, sieht lecker aus. Äh, kleine Mechaniken wie Gesundheitssystemen, auf die man aufpassen, auf die man aufpassen muss. Manche, ähm, machen Spiele abwechslungsreich und heben sie von anderen Arten ab. Gefällt mir. Ja, stimmt, das stimmt. Ähm, oftmals ist es ja so, dass du noch an eigenem, ähm, hier haben wir ja es ja so gehabt, Gesundheitssystem, ähm, dann Schöpfungssystem, Datingsystem, auch mit den, er sagt ja gerade auch, ähm, in der, in diesen selben, in dieser selbe Kerbe sitzt auch das Arbeiten an. Schön, dass es nicht einfach nur heißt, du arbeitest x Stunden, sondern, dass man wirklich auch was tun muss. Ja. Das ist ein Stil, ähm, da stoßen viele Games auf Potenzial, nutzen es aber nicht aus, weil sie Angst haben, damit ihre Zuschauerschaft zu vergraulen. Nicht jeder hat Bock, ähm, da hinzusetzen und auch wirklich was fürs Spiel zu tun. Das ist eine Schiene, entweder du musst das mögen oder du musst das nicht mögen. Ähm, das ist echt so, also es ist sehr gewagt, ein Arbeitssystem einzuführen, wo man wirklich auch was tun muss für seine Arbeit. Ähm, wer hatte das gehabt? Honey Recruiter? Nee. Äh, wie hieß denn der da? Äh, äh, Mensch, ähm, da, wo man auch diese Entchen da machen musste, so Entchen zusammen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber auf alle Fälle, da gab es auch ein kleines Arbeitssystem, es war zwar ein kleines, aber es war ein Arbeitssystem mit drin, ne, und, ähm, hat schon gereicht, aber, ne, manche wollen das absolut nicht, die mögen das wirklich, aber es ist x Stunden, kommst dann nach Hause und dann hast du deinen Tag durch. So, und dann kommt der, uh, der letzte Kommentar hier schon. Ähm, was gibt's denn hier Schönes? Bin seit letztem Freitag am Diablo 4 Hype gefangen. Oh, Diablo. Äh, ich komme zu nichts anderes, aber das Spiel gefällt mir als alter Diablo-Nerd einfach so gut. Ich habe in Diablo 4 auch schon mal so reingesehen, ich habe gesehen, dass Storyline auch ziemlich cool sein soll, Lilith kommt ja immerhin wieder, ähm, und, äh, ja, also ich bin auch, also ich habe Diablo auch vom Anfang an die ersten Stunden gespielt, also ich kenne Diablo 1, ich habe Diablo 1 auch durchgespielt, Diablo 2 habe ich dann nicht mehr so den Hype drauf gehabt, ähm, auch nicht die Zeit zum Grinden und dies und das. Diablo ist ein sehr Grinden-lastiges Spiel und ich habe dann, äh, bei Diablo 3 habe ich, wollte ich dann wieder einsteigen, ähm, habe mir dann gedacht, ja komm, guckst dir aber erstmal die Rezension von Diablo an. Ähm, mittelmäßig, viele fanden dieses, äh, Loot-System ziemlich scheiße, was da gab, oder diese, ähm, nee, äh, dieses Kaufsystem da ziemlich scheiße drin war. Ähm, dann gab es ja noch dieses Mobile-Kack, was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum? Und jetzt mit Diablo 4 ist es eigentlich mal wieder so, dass es wieder zurück auf den, äh, auf den, auf den, auf den Anfängen von Diablo 1 und 2 wieder geht. Das ist auch, glaube ich, das, was man braucht. Kosmetik-Items, Pain oder sowas, alles, wer Kosmetik haben will, kann ja immer Geld reinjagen, muss man ja nicht, aber man kann es ja machen. Wenn wir denn die Kosmetik ausgeben, ist das ja okay, solange sie nicht spielrelevant sind. Das ist meiner Meinung nach immer so entscheidend. Und, ähm, das war ja irgendwie in Teil 3 nicht so gewesen. Das war irgendwie sehr, ähm, naja, hat sich, äh, haben sich die Entwickler selber in den Arsch geschossen mit. Aber mit 4 habe ich schon gesehen, ich habe mir schon ein paar Videos so angeguckt, ich habe auch schon ein bisschen so recherchiert damit. Ähm, ähm, mir fehlt aber halt die Zeit, Diablo zu zocken, weil es super grindlastig ist. Ich kann super verstehen, dass, äh, du davon voll gehypt bist, äh, gerade als Diablo-Fan. Und auch so in, ja, im Diablo kann man eintauchen. Eine geile Lore, eine wirklich gute Lore, die muss man mal reinpfeifen sollte, von Diablo. Gibt genug YouTuber, die das mal gebracht haben, könnt ihr euch mal angucken, ähm, wer sich die Lore von Diablo reinpfeifen möchte. Ähm, da wird euch auf alle Fälle was geboten. Diablo, Diablo ist ziemlich cool. Sollte man echt mal geben. So, Quest not included. What can I do? Ach so, äh, Shattered Mines. Das habe ich, glaube ich, mal vorgelesen. Einfach abwarten. You can find out answer, äh, and this problem. Ach so, ja, äh, Leute, ähm, ich denke mal, dass, äh, da noch eine Antwort aussteht, äh, Shattered Mines wird ja auch erst weiterentwickelt. Das dauert halt alles ein bisschen. So, ich komme mal wieder zurück, da ich das Video heute mal nicht zu lange ziehen wollte. Und, geh mal raus auf meine ganzen Sachen. Fangen wir erstmal an mit Ezekiel's Lust. Ne, Ezekiel's, äh, es sind ja aber zwei verschiedene immer dabei. Doch, das ist ja so. Lust. Äh, Ezekiel's Lust von Lust Architekt. Das Spiel ging jetzt übrigens wieder in ein neues Update rein. Wir sind jetzt aktuell dort in der 1.04 Alpha. Äh, 5 neue Charaktere sind dazu genau gekommen. Äh, neue Locations, new Main Story Events, new Site Events, and now we got Chaos. Ähm, as I said to this. and fix a lot of boxes to thank to the feedback of the community. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn ich Zeit habe, gucke ich da auch mal wieder rein. Ich habe mir jetzt auch schon ein paar Spiele angeguckt, da kommen wir auch gleich zum nächsten Game, das ich jetzt schon gesehen habe und ich da zu euch auch schon was sagen kann. Und zwar Contrants with the Ghost, habe ich mir angeguckt, habe ich jetzt gespielt und habe es gesehen und habe mir angesehen, was da die Changelogs waren, so gesehen. Neue Events im Jacuzzi habe ich mir angeguckt, sind wirklich neue Events dabei. Da sind die alten teilweise überspielt worden. Also wenn ihr jetzt am Ende seid, habt ihr neue Events im Jacuzzi und in der Küche, definitiv. Dann was ist dann noch? New little events when girls are step zero. New dialogue options. Okay, die hatte ich hier. Aber das war ein Neustart des Games. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Some work with better issues. Ja, das waren auch mit dabei. Es gibt auch Duschszenen jetzt mit dazu. Sollte man sich auch mal angucken. Auch in der Dusche kann man was machen. Das habe ich auch noch nicht erklärt. Müsst ihr auf die Dusche klicken, müsst ihr duschen, dann könnt ihr da auch was freischalten. Aber ansonsten vom Spielprinzip selber hat sich jetzt, also es ist nicht stark erweitert worden, es sind nur ein paar Sachen erweitert worden bei Conference with the goddess, goodness, goodness, so. Aber ich habe mir das angesehen, ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe mir das jetzt auch bis zum Ending angesehen. Ein paar neue Sachen sind dabei. Wie gesagt, gar nicht mal so schlecht. So, wir kommen wieder zu einem alten Dauerbrenner wieder. Der zweite Isikia kommt am Start. So, Isikia's Rotel bringt das nächste Spiel roll. Nächste Zeit. 014 at Mono Oh Gott, jetzt kommt dieser Nachname Yaoyutsu Yaoyutsu? 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 Oh Gott. Mono Yaoyutsu. Von Heroes Academy ist neu mit da drin gewesen. Äh, weiß nicht, habe ich 13 schon? Shinobu von Demon Slayer? War eine 13, jetzt kommt die nächste wieder dazu. Bei Isikia's Hotel. So, weiterer neuer Kandidat, ähm, ist Plastic Soul. Plastic Soul hat jetzt auch ein neues Update rausgebracht. Ähm, wir sind jetzt schon bei einigen neuen, ich habe das Spiel auch schon ein bisschen reingespielt. 06, es gibt sieben neue Scenes, ähm, ein neuer Shower, ein neues Shower-Event, ein neues Charge-Event, ein neues Cleaning-Event, was es ist, sage ich jetzt nicht, ein neues General-Event, Window-Event, New Couch-Event, äh, Disset-Event, Add Sleep Tech-Trees, äh, und, äh, Story-Content. Ist auch ein bisschen weiter dabei, und, äh, ist auch ein bisschen dabei, Bugfixes. Das zu Plastic Soul. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, gerade was die Story beinhaltet. Ich, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der Entwickler sich steht darauf vorstellen wird, dass man auch, äh, andere Androiden haben kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht ja in diese Story-Bass rein. Fragt mich nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl dabei. So, alle Jahre wieder kommt diese Woche auch wieder ein Kandidat wieder dabei, der wieder dabei ist. Heil Dictator von, äh, von, äh, Achim Hachi Games. Äh, Heil Dictator. Ja, alle Woche wieder, ne? Alle Woche wieder. Aber dann haben wir einen Boom, muss man sagen. Äh, wir sind jetzt in der Version 0, 5, 4, 1, äh, 210 neue Render-Events, also, äh, 500 Animations, 6 neue, äh, 6 neue Animations. Ähm, 14 neue Szenen. Dann, äh, gibt es auch ein paar neue Sachen mit dazu. Ja, und Main Story Progressions. Sehr schön. Also, Heil Dictator gibt ganz schön Feuer, muss ich sagen. Ey, da wird der Dictator aber ziemlich froh sein, dass so viel Feuer drum gegeben werden, dass so viel Feuer drum gegeben wird. Ich, ich weiß, ähm, Ritmuth hat schon geschrieben, dass er da nicht so ganz begeistert, davon ist, aber ich muss mal wieder reingucken. Ich habe ja sowieso noch ein paar Dinger, die ich auch mal wieder ein bisschen bringen werde. Die werde ich nochmal heute weiterspielen. Und dann werde ich mal gucken, wie die Änderungen alle so draußen sind. Bei Happy Summer gibt es nicht viel. Ähm, wie gesagt, Happy Summer hatte ein großes weiteres Update gehabt. Ähm, da kam das dazu für Maika und Mai. Ähm, ist aber jetzt schon ziemlich weit und hat auch ein neues Event für Mai gestartet. Ähm, Mai ist übrigens die, die, ähm, im Einkaufsgeschäft nebenbei arbeitet. Also auch mit Arbeit. Die Chefin des Einkaufs, dieses, äh, Geschäft ist da, dieser Bäckerei. Ne, Quatsch, ist es Imbiss? Imbiss? Bäckerei? Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das, ähm, Mai. Bin ich mal gespannt, wenn ich das jetzt richtig, oder war das Mika? Ne, Mika war die Bibliothekare, Mai war die in der, ja genau, Mai war die. Genau. Äh, Happy Summer. Neues Update auch draußen, sind wir im Moment bei der 0.5.3. Ich bin mal gespannt, auch Happy Summer bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich spiele zwar jetzt nicht alle Spiele von, äh, immer an und gucke immer nach, aber ich habe jetzt letztens zum Beispiel Happy Summer auch mal wieder reingeguckt, weil ich da schon länger Zeit nicht mehr reingeguckt habe und gesehen habe, dass da einige Bug, äh, einige Änderungen wieder kamen. So habe ich mir gedacht, jetzt guckst du dir das auch mal wieder an. Und ich war positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir hat es Spaß gemacht, da mal wieder reinzugucken. So, ist, man kann es ja auch jetzt, ähm, durch den, äh, durch den Dings, das durch den, äh, dass man eben halt kein Mut, keine, keine Sachen verliert. Ähm, ach Mensch, TV und sonst was alles, also dass die Mut halt nicht runtergeht, die Mut bleibt dann mal gleich, also die Art und Weise, wie hier drauf ist, ähm, kann man bringen. Nur halt, das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, was ich bei Happy Summer, gehe ich nochmal ganz kurz zurück, nochmal sagen muss, ist, dass, ähm, es dauert sehr lange, es ist ein sehr langfristiges Spiel, also das habt ihr mal nicht eben in drei Minuten durchgespielt. So, dann kommen wir zum letzten, äh, A Father's Sins, hat jetzt auch ein neues Update rausgebracht, und zwar sind wir jetzt schon in Capture 18, und es gibt wieder neue Locations, neue Sachen, da kommt schon einiges. Also Capture 18 ist jetzt ganz neu draußen von A Father's Sin. Guckt's euch an, ich fand bei A Father's Sin ist wirklich ziemlich krass, dass da, ähm, einige Leute, wo ich gedacht habe, so, hm, das wird jetzt bestimmt wieder eine Dating-to-See oder sowas alles. Nee, nee, dann ging die auf einmal drauf, und ich dachte, what the fuck? Also A Father's Sin ist schon was für, äh, Leute, die, ähm, ja, ich würde mal so sagen, bald sogar schon Game of Thrones verrückte, kann man sagen. Du weißt nie, wer als nächstes drauf geht. Krass Ding, krass Ding, macht schon Spaß. So, und damit sind wir auch schon durch mit den ganzen Updates. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ähm, wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns dann auf alle Fälle wieder beim weiteren, äh, Tatsumaki Talk mit Updates zu auch aktuellen Spielen, eure Kommentare, und was sonst alles so passiert ist. Auf diesen Wege wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, und bis zum nächsten Mal.